auf Discord! Oh, da guck ich mal ganz kurz. Ist der schon auf Discord? Das Traurige ist, er sitzt halt da unten in seinem Kellerverlies, er sitzt da in seinem Keller drin und dann freut er sich halt noch die ganze Zeit, weißt du? Dann freut er sich, der macht das zum hundertsten Mal mit den Schwänzen und dann freut er sich halt ernsthaft immer noch. Weil er sonst nichts hat im Leben, worüber er sich erfreuen kann. Deswegen lacht er über diesen Schwanzwitz noch die ganze Zeit. Eierig. Ey, Tobi! Ist echt unfassbar, ne? Ich lach aber gerade über deinen Monolog. Oh, ist das schön einfach. Ey, Tobi! Ey, Erik, ey! Geht's dir gut?